wie es aussieht ist mercer noch auf der flucht also sei vorsichtig okay er kann sie überall sein so er liegt jetzt weiter mit lead for speed hit und wir machen weiter und ja oder das auto wollte ein bisschen auf die bachen wird also der plan heute mal gucken was wir machen ich will die gerade gucken was haben wir denn für die nacht überhaupt noch haben wir da irgendwo noch ein rennen ist doch irgendwas ja dann immer das kommt der geist von der z mit oder geist von aus wahrscheinlich dann machen wir das heute bringen wir dann heute mal ein bisschen auf die bahn wir haben besser naja zumindest die wagen wir sollten uns treffen heute werden wir wahrscheinlich was wir sind in der nacht wieder aufhalten und was haben wir in der nächsten Folge machen wir müssen ja ein bisschen level ne level 31 soll heute das große ziel sein und dazu müssen wir dieses rennen zumindest mal für uns entschieden vielleicht haben wir sogar mit 32 wochen wir kommen wir schnell mal auch wenn der mit 50 aber noch damit 50 erreichen ich will das sind auf jeden fall noch der höchste das haben wir auf jeden fall noch erreichen die korvette versucht jetzt ein bisschen nebenwürdig zu bleiben aber da kommen wir ohne problem erst mal weg so lange es hier gerade ausgeht kann man hier die höchstgeschwindigkeit vom lambo auf jeden fall mit ausspielen und da vorne kommt jetzt ein kopf entgegen genau hierfür bin ich krampf geworfen du willst euch mit deiner rotskarren im lambo da ja hier steht ja die nächste wir werden uns sicher daher kommen können das tempo könnte nicht mitgehen schon weg wir können auch ohne probleme wir können bis jetzt auch ohne probleme das tempo eigentlich kann der gegner ich habe mich wirklich schon passiert der wird das tempo wenn ich jetzt mal wieder auf touren bin kommt er überhaupt nicht hinterher so ich muss ja gerade gucken ob wir hier irgendwo noch eine garage finden hier oben ist eine dann nehmen wir die mit es würde mich auch schwer wundern wenn ihr uns jetzt hinterher kommen wir sind immer schnell an und weiß ich wenn man das ding natürlich jetzt nach hause bringt das ist das große ziel das habe ich das war jetzt mit zwei füllen ein bisschen beständigkeit schadet du machst das gott mit der neuen auto das gebühr 52.000 42.000 41.200 und das ist level 31 vielleicht noch 32 diese folge bekommen das sind 340.000 und dann wieder auf stufe 2 kommen so haben wir noch irgendwo ein rennen wo wir sind da unten da unten ist was aber daneben ist doch daneben ist tatsächlich sogar eine garage wenn man es mit so wie sonst schon vielleicht haben wir noch in der version 32 so also ich hatte darum brauchen wir das ding dass man hier bin ich erstmal gewinnen das ist ja gar nichts was wir da kriegen ich sagte mir wir kriegen jetzt wohl die dings aber das ist ein altes rennen sich einfach mal nicht gefahren bin okay dann müssen wir es mal so machen und dann machen wir das ding kurz doch fertig das sollte aber nicht das problem sein die noch die zirocken hier mit der möhre hier das ist jetzt auch wieder ein sprint drin also eigentlich sollten sich wäre mich würde ich verwundern wenn sie uns hinterher kommen würden da sind so viele fahrzeuge dabei die wir am anfang mal hatten aber guck mal wenn ich auf die gleiche schulter nennen das kann ja auch wieder ganz ganz anders ausgehen auch schon mal erlebt dass ich dann sage ich sehe das war mal locker und dann habe ich mich einfach auf den fahrzeugen ich bin inzwischen die eine folge über die dürfte mit den kopf wo ich dann immer wieder sagen kommen die misst du auch mit die jungs und dann haben wir uns doch gekächt wir werden eigentlich so locker gekommen aber naja nehmen was mit ich habe noch ein bisschen günstig dort wir haben jetzt knapp ein drittel schon rum und haben schon den kilometer vorher also jetzt sieht es gut aus aber wie gesagt die kopf können zum mal wieder das natürlich das leben zu heile machen können und tatsächlich auch noch ein bisschen er kann so schlicht in die richtung machen aber das ist aber ich meine ich jetzt habe ich nicht gesehen weil dann haben wir schon ein bisschen was auszuhalten die scheine allerdings können Ich muss jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Aber die Frage ist, kriegen wir noch mal? Kommt, sollte man jetzt 80%? Oh, da kommt noch was raus. So, jetzt muss ich gerade gucken, warum wir eine Garage haben, wo ich das Auto sicher unterbringen kann. Wir sind im Hafengebiet und es sieht ein bisschen eigentlich gerade aus. Ich sehe gerade, es gibt keine Garage in der Nähe. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Hier sind noch unsere Kollegen, die ein bisschen in der Abstand hier folgen. Aber ich suche es gerade, ich suche gerade die Garage in der Nähe. Die kesseln uns ein bisschen ein. Die kesseln uns ein bisschen ein gerade. Ich muss gerade gucken, ob ich denn meine Möglichkeit zu entkommen. Ich sehe gar nichts. Und jetzt wird das jetzt gerade nicht angezeigt, weil wir gerade gejagt werden. Ich glaube, es ist gerade so aus, als würde man mich nicht... Ja, es wird nichts angezeigt, ne? Es sieht gerade echt nicht so aus, als würde man mich nicht... Ja, das Problem ist gerade... Ja, es wird echt nicht angezeigt. Also hier zumindest wäre eine Garage, aber dann zumindest mal... Der hat es gar nicht mitbekommen gerade, dass ich an ihm vorbeigezogen bin. Deine Kopf. So, ich dachte jetzt... Morgen läuft es besser. Ein bisschen was mitbekommen. Ich habe ja davor sowas gekriegt. Ich glaube, ein paar gibt es. Ja, fünf Tage und sieben Monate, das ist etwas als gar nichts, ne? Es ist zwar nicht viel, aber... Naja, dann haben wir es doch nicht hinbekommen mit den... Level 32. Heute, das habe ich gehofft. Guck mal rein, aber noch was kommt. Und ignorier den Geruch. Das hier, weil du bist Teenager-Budder. Okay, es ist nur ein bisschen... Ah, naja, gut, okay. Also auch noch events. Ja, hier oben ist noch eins. Gibt es wieder ein bisschen mehr, ist sehr gut. Gut, das war mal dann nochmal der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns wieder bei Let's Play Need for Speed Heat. Und ja, dann geht es weiter mit diesem kleinen Rennen hier unten. Und dann gucke ich mal, was war danach noch irgendwann nach. Naja, bis dahin und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017